recht herzlich willkommen zu einer neuen folge towns und zwar müsste es die folge nummer 39 sein glaube ne quatsch kann gar nicht sein 39 99 nicht 39 99 sind wir gut ja wir sind im spiel und haben letztens noch einen angreif gehabt der wohl erfolgreiche bestanden haben happiness ist auf 28 wir hatten doch hier so ein paar zuordnung gemacht na oder essen sind drei zuständig bergbau auch drei man erntehelfer drei holzfüller auch drei und dann aber hier noch träger okay keine nach nicht gruppe auch gut ja da unten ist auch schon am ernten das sieht gut aus 29 hypne steigt vielleicht müssen wir das mehr favorisieren dieses zuordnen nur ernte wird gemacht kriegen wir jetzt auch welche 29 sind wir noch können wir eine stufe schneller stellen gucken wie es 30 wird könnte ja möglich sein passiert aber gerade nichts oder seiner im krankenbett dann wird er wieder gesund das ist cool da ist die 30 morgen dass da jetzt welche kommen so jetzt aber keiner da drei leute wunderbar gut dann nehmen wir die auch gleich in empfangen die sollen sich mal ausrüsten ich würde ihnen nicht gerade den keller ausrüsten das wäre fatal für die die wird sich schon mal schlagen können wo geht er hin auch mehr gut sollte laufen und ja schon mal geschützt eine waffe wäre von vorteilen und diese person ist ja alles angezogen also braucht auch dabei wunderbar gut träger mal drei ich glaube wir haben alles gut verteilt so der mensch die fände 4.700 3200 und 4.000 das heißt diese person hier und jetzt mal drauf und steht da wohl gruppe zu ordnen und die macht essen mit und die anderen beiden holzfäller erntehelfer und noch eins zum erntehelfer holzfäller plus träger und träger gut sind die drei auch verarztet kurz mal gucken wie wir 23 36 okay das wird werden hier oben ist nichts zu bauen okay da könnte man weitermachen auch gott da ist jemand der kann nicht runter super oder ne könnte ja hier rum gehen also weiß nicht warum die jetzt hier nicht lang geht ist ein bisschen doof oder hallo ach da ist kein übergang oder was ja super müsste jemand hier noch einen stein einbauen dann geht's wieder ne doof gelaufen da kommt da gleich einer aber die ne da sind zwei okay also da muss jetzt einer hin und muss jetzt da rüber bringen macht aber gerade keiner aber eine rettungsaktion eigentlich oder 28 und 36 äh wie machen wir das gehen wir hier hin da hin dort hin dort hin gucken ob das klappt ist nur da ja ja so da hat einer kloppten ne doch nicht da holt jemand das holz aber läuft irgendwo anders hin ist gar nicht für da oben komm schon wo sind denn die die hier die holzarbeiten machen das ist doch eine aufgabe hier ne holzfüller plus holzfüller plus hä da ist nichts mit holzfüller ausgewählt bild betreide füttern hoteling and shopping ok wall construction machen wir dann noch ok äh oh noch drei gekommen wunderbar ist die person jetzt runter ich wills hoffen ne können wir ja schnell nachgucken ne also keine zwischenzeit gestorben und die person ist jetzt auch runter gekommen ok ja das heißt aber wir müssen gucken dass das nicht wieder passiert ne kann da noch runter laufen kann da noch runter laufen aber dann wird schon ernst ne dann müssen wir hier dann müssen wir hier ein scaphold bauen denke ich so können noch da runter ok da habe ich eine lücke gelassen die passt alles klar na dann machen wir das mal so das war hier jetzt eine mauer machen zum zubauen ne der scaphold kommt auch können wir da auch einen drauf bauen und dann würde ich sagen na das funktioniert nicht so ganz wie ich das gerne hätte ne dann müssen wir so machen egal ja der ist auch gerade gekommen dann geht das glaube ich sogar na ich müsste nur shift taste drücken ne dann wird das schon besser gut die bauen jetzt richtig viel wer ist denn jetzt hier mit dem Ding jetzt eigentlich dran ne das habe ich überhaupt noch nicht gecheckt jobmäßig wer macht die wall construction die bergleute mit ah die bergleute waren es ok dann holzfäller plus machen dann nix mehr ne lass das mal mit den holzfäller dabei ok das wird auf jeden fall fertig gebaut so richtig gut ne achso wir hatten ja noch drei mehr aber die haben sich ausgerüstet oder jobgroup achso wir sind hier falsch das sind die richtigen wir haben sie nicht ausgerüstet die müssen sich ausrüsten einer wird bergmann eine noch zum essen und einer holzfäller plus das sind die gruppennormen 4 4 4 4 ok gut geklappt ja da wird schon gearbeitet kriegen wir hin 4 42 ist die nächste 41 21 auch mal gut ernte läuft sind alle beschäftigt hier sieht es auch ganz nett aus da ist sogar noch Dreck da Steine sind schon oben Träger haben alles richtig gemacht wohl hier haben auch noch Eisen liegen da liegen noch Steine hier vielleicht müssten wir hier mal aufräumen noch mach das mal hier weg und das können wir auch noch weg machen hier gut schön aushöhlen da sollen sie auch noch was machen haben sie auch noch nicht gemacht da sollen sie auch noch was machen haben sie auch noch nicht gemacht ja ja Lampen wären vielleicht noch ganz nett Deko Laternen Laterne ja mh 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 die lichten Steine müssen wir erst zerstören ja sieht man jetzt nix ne ob das geklappt hat weiß ich nicht Shift-Taste. Ich drücke immer die falsche. So, da. Eins, zwei, drei, eins. Müsste die ja da sein. Gucken wir mal. Da. Drei Laternen dazu, bitte. Hier ist irgendwie auch kein Licht, aber das liegt daran, dass da die Wand vor ist. Das mal wegmachen. Das ist auch ausgewählt, macht auch keiner weg. Nö. Wo laufen die jetzt alle hin? Da geht's lang. Hier lang. Wo will diese Person denn hin? Die räumen jetzt hier unten auf, oder was? Na? Doch, räumen auf. Ja. Wer baut da irgendwo was ab? Ah, hier wird bestimmt abgebaut, ja. Gut. Okay, da ist natürlich noch reichlich zu tun dann. Ah, ein paar Windungen haben wir ja schon ganz schön weit reingetrieben, ne? Ja, wenn wir ihn nur hinkriegen. Okay. Okay. Er baut wenigstens einen am anderen ab. Okay. Gut. Wie sieht's aus? 24 von 42. Okay. Wie sieht's denn mit Essen aus? Sehen wir mal falsch, das ist richtig. Zwölf Brote. Äpfel und Bier noch mal. Ein bisschen Abwechslung könnte man gebrauchen jetzt, ne? Das Fenster machen wir mal zu, ne? Dann sehen wir ja auch mehr. Kochen. Hm. Da haben wir überall was ausgewählt. Hier nicht. Backen. Was brauchen wir hier? Mehl und Roßfleisch in Form von Schwein oder Rind. Mehl und Eier. Die Schnurz. Oh. Ja, komm. Probieren wir mal. So kam mal nicht. Äh. Schlachten waren wir eben schon. Kochen. Kochen wir mal auch schon. Schlachten mal irgendwo weiter. Ne. Was sieht's hier aus? Ernten. Da haben wir mal reichlich. 15, 15. Der Rest haben wir nicht angebaut. Ja, lassen wir es so. Nahrung ist ja ganz gut. Ja, das hält sich auch stabil wohl. Die haben auch 30 jetzt schon wieder. Vielleicht läuft da was. Mit der Zuordnung. Wir haben 5 Leute am Essen immerhin. Da sind 25% ungefähr. Mal gucken, dass wir diese 25% vielleicht immer behalten, ne? Fleisch kommt da gerade rein. Wird geschlachtet. Hier ist hier benutzt. Gut, läuft. Wollen wir mehr, ne? Helden sind immer noch 3 da. Hier sind wir bei 31. Das ist auch gut. Okay. Sieht ja ganz positiv zur Zeit aus. Wir haben 6 Einwohner dazu bekommen. Müssen wir mal gucken, dass es sich noch ein bisschen steigert jetzt. Okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 3 5 5 6 6 5 6 10 11 8